Marlene und Christian, herzlichen Glückwunsch zum Wiener Landesmeister in eurer Klasse, in der allgemeinen Klasse A. In diesem fantastischen Ambiente, da tanzt es sich dann etwas ganz besonders, oder? Ja, es ist schon sehr besonders. Wir sind es schon gewohnt, weil wir öfters auf Bällen da tanzen. Aber es ist nochmal ganz anders, wenn es beim Turnier ist. Da ist gleich viel mehr Elan dabei. Was hat euch am meisten beflügelt? Unsere Fans eigentlich, glaube ich, die ziemlich lautstark auf beiden Seiten für uns geschrien haben, das war das, was mir das meiste gegeben hat im Finale jetzt. Das war wirklich voll Gast. Ich wünsche euch für die Zukunft noch alles Gute, viele weiteren Erfolge und viel Spaß vor allem beim Tanzen. Dankeschön.